mehr als nur eine tonne mal eben locker europas höchste ausstellungshalle museum und wahrzeichen superlative made im schrägen o potanander unterwegs im gasometer oberhausen das zerbrechliche paradies der klimawandel ist unaufhaltsam welche rolle spielt dabei der mensch und welchen einfluss hat er auf seine umwelt hallo und herzlich willkommen bei potanander ich freue mich ganz besonders euch heute hier in der höchsten ausstellungshalle europas begrüßen zu dürfen nach zweijähriger sanierungspause dem wahrzeichen meiner geburtstadt wir sind im gasometer oberhausen und besuchen die ausstellung das zerbrechliche paradies gegensätze zwischen schönheit und zerstörung eine ausstellung über den klimawandel und welchen einfluss dabei der mensch hat genießt mit mir fantastische emotionen und besucht gleich den freischwebenden globus in der über 100 meter hohen ausstellungshalle seid dabei wir zerstören was wir lieben bildgewaltige video installation und ultrascharfe fotografien und über allem schwebt die erdkugel im 100 meter hohen luftraum im herzen des gasometers kontraste garantiert zwischen schönheit und zerstörung so 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 ja wieder mal eine super interessante imposante ausstellung wahnsinns video installation mit dem freischwebenden globus in der 100 meter hohen halle hat es wirklich absolut insane wie man heute sagt kann ich nur doppelt und dreifach empfehlen also geht hin lohnt sich wie immer so 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 wie so 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 Vielen Dank.